ich habe Angst, dass du mich überfährst einmal verarbeiten bitte äh ich mache das sehr geil äh hast du dich noch gar nicht geheilt? doch fuck was ist? Geld habe ich nicht dabei kann ich nicht bearbeiten? ach ja du hast ja gar keine Lizenz warte dann muss ich deine Sachen verarbeiten stimmt ja hier vergessen fuck aber das kostet ziemlich viel na ich habe es vergessen ich habe ja nur die Lizenz ja mag nichts so im Strider ist schon verarbeitetes Heroin aber lass das mal da drin ich oder pack mal dein unverarbeitetes Heroin da rein und nimm dir das verarbeitete da raus äh 23 ist jetzt gerade ein bisschen tricky alles aber passt schon ähm ja so warte Ifrit und du musst dir unbedingt angewöhnt die Fahrzeuge abschließen sobald du da rangehst also dann auch aussteigst so ok im Ifrit ist jetzt auch nur noch verarbeitetes Heroin pack mal dein unverarbeitetes Heroin was du dabei hast in verteile das mal auf die beiden Fahrzeuge dann verarbeite ich das und hol es da raus dann kannst du gleich mit verkaufen ok irgendwie habe ich kleine Probleme halt nicht unverarbeitet äh du hast deine Pickaxe hier rein ach ne das war meine die habe ich da mit rein getan ok im strider ist jetzt nur noch verarbeitetes Heroin ok habe ich rein gemacht ich habe noch sechs dabei ich habe noch sechs dabei ja und verarbeitetes Heroin nehmen verarbeitetes Heroin einlagern so jetzt versuch mal den Rest von dir da rein zu packen wieder mhm und so musst du das auch auf jeden Server machen um mein Geld zu kommen musst du immer verschiedene Sachen farmen und du musst bedenken du brauchst fast für jede Sache eine Lizenz das heißt es ist besser wenn du als erstes mit Versicher anfängst die Farben zu verkaufen denn am Markt oder beim Aldi ok so unverarbeitetes Heroin nehmen verarbeitetes Heroin einlagern so jetzt kannst du deine Taschen vollpacken mit verarbeiteten Heroin und kannst das dann auch gleich mit verkaufen das ist nur eins ja ich habe den Rest alles im Drider ist auch noch was drin ok alles für mich oder was ja das Geld kriegst du ja sowieso ich brauche das Geld nicht ok ich bin voll so von mir aus kann es jetzt weiter gehen so hier sind noch 10 Stück drinnen kannst du nehmen einmal kurz den Drogendealer habe ich schon markieren wir nehmen den ganz oben im Norden bitte ähm der ist 2 Kilometer von hier entfernt nach Norden oder was Drogendealer und dann verkauft du verkaufst alles ich verkauf alles bis auf 2 und dann nehmen wir gleich nochmal ein so bist du bereit? scheiße äh der Bulle hat mich eingeschrieben was hat er schon wieder geschrieben? ich sollte sofort auf der Hauptpartner kommen warum? ich muss mit ihm reden warte mal ich schreibe ihm mal ganz kurz schreiben schreiben was wollen sie absenden hallo bist du noch da? jaja ah gut ich habe ihm mal eben geschrieben was wollen sie mhm meine Handybatterie beträgt nur noch 20% meine 25% ähm fahr mal hier runter ja hat er beantwortet ja er hat geantwortet mit ihnen reden komm wir kaufen wir haben dann oder? steht bei mir warte mal ich schreib schreiben ich weiß ich weiß aber wir stellen nicht freiwillig ach du scheiße freiwillig wir stellen uns nicht freiwillig müssen sie sie und schon kriegen kriegen absenden ach du scheiße ich weiß aber wir stellen uns nicht freiwillig da müssen sie uns schon kriegen ok habe ich ihn einfach mal geschrieben wird er uns suchen oder das? ja aber er wird uns nicht finden wenn er uns gefunden hat hat er adminrechte und hat sie ausgenutzt ok und das kann man nicht benutzen oder das? die adminrechte ne also naja was heißt dann ist das ein alter wow das war verdammt knapp wenn er adminrechte hat ist das ein freund vom admin dann ist das ein admin halt oh mein gott bist du schon da? ne fast da ja nein 1x3 ist schon wieder im hintergrund oh so für erst gell? ah zum glück noch stehe zum glück konnte ich noch bremsen vorher ok äh äh wo ist äh ja aussteigen der druckentier muss ich finden ich glaube hab ich ihn gefunden ja ja schiff schwebt in luft ok ok verkaufen boah haben wir ordentlich kolle gemacht jetzt das bist du oder? ja boah schreck mich nicht so auf gell ich hab gedacht diese bulle kommen jetzt so dann wollen wir mal truck dealer 34 ich verkaufe 32 3 2 verkaufen für 144.000 so habe ich hier noch was drin nein der ist leer ist in einem ifrid noch was drin nein ist auch leer hab ich gerade auch genommen nein der ist auch leer ok dann komm mal zu mir hm dann wollen wir mal ich wurde hier zu punk und jetzt drückst du auf z dann drückst du auf verarbeitest die ruine dann benutzt du das mal dann drückst du auf benutzen 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 ja wieso drück einfach benutzen eine runde kiffen ach zu schande ab geht die party kam da nicht nochmal ein song haben die den raus genommen ach ne das war bei mess und jetzt lass uns mal so zum atm fahren zu der der ATM ist 150 Meter von hier entfernt also so ja hm alter ich sehe gar nichts hehehe hehehe wie lange würde das dauern glaube fünf minuten keine ahnung ja manchmal ist es immer schlimmer so warte mal bevor du überweist gebe ich dir meine 144.000 steig mal aus ja ich hab vor aber ich kann das nicht ich bin so blöd ja ähm ja 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 sooo ahhhh null einzahlen jetzt hab ich fast halbe million und jetzt wollen wir mal nach Kavala fahren ja ok denn da werden wir den cop über den weg laufen und ich hab irgendwie bock auf eine Verfolgungsjogd zwei ifrids versus ein cop Kavala das sind 25 Kilometer happy birthday sagen mir sie wo sie sind und ich geb ihnen Geld und Waffen wirklich ich bin ein guter Mensch ähh aber zuerst will ich zur Tankstelle ok ja ok Tim Herbert ich bin auf Droge Droge und und ich glaube Glaube Ihnen das nicht absenden ich hab mal geschrieben ich bin auf Droge und glaub ihnen das nicht du bist auch gut du bist auch gut so auf nach Kavala ähh wenn ich die Straße sehen würde ja oh ich langsam glaube ich vorbei alter wieso hab ich die genommen ohne Scheiß Alter wo bin ich wo bin ich doch muss ich doch muss ich geb ihm 2 Millionen Dollar da 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 da